ja hallo meine damen und herren willkommen zu einem prolog heute ein gefüllteres vlog das habe ich gefüllt wie eine ganz von weihnachten noch und zwar der knochenbrecher von wichtelberg die 4k also der knochenbrecher von wichtelberg 2 die 4k restoration version ist nicht auf youtube sondern auf vimeo aber der link habe ich ja und natürlich unten rein weil wir hatten da ja wir haben ja viel musik benutzt sagen jetzt mal ziemlich coole mucke und wir wollen monetarisierung geht wieso nicht bei diesem bei dem film also auf youtube kannst du können wir da wieso nichts verdienen aber ja wenn man auf vimeo gucken kann läuft der einmal frei freigeschaltet kann jeder angucken also ja das ist die information dazu die alte fassung ich glaube vom alten also die alte normale fassung die liegt auf dem liegt noch auf youtube flash aber die 4k fassung auf vimeo also link unten angucken sehr wichtig schnell geredet es gibt viele informationen ja was geht die woche gibt es einiges zu klären ja reingespielt gibt es morgen auf eine runde dann gibt es ein podcast über ja konrad bavarian wir ja drehen tatsächlich weiter weil joe blow joe blow original horro original horro original joe blow horro originals heißt oder ja joe blow horro originals ist ja so eine amerikanische seite kennt man ja arrow in the head zum beispiel und da liefen ja die ersten zwei episoden von konrad coronabedingt wurde das alles irgendwie eingestellt aber jetzt geht es weiter im program das heißt wir sind weiter drehen am konrad episode 3 4 5 und 6 wahrscheinlich 4 5 6 oder 7 oder 8 noch keine ahnung das werden wir sehen noch also kommen noch einige folgen raus und es geht wirklich weiter auf joe blow horror videos ich verlinke das ding natürlich auch da unten mal rein dass ihr das anguckt mein gott ja und im podcast geht es diese woche um ja um konrad was die dreharbeiten jetzt ja was die nächste dreharbeiten sind und so weiter wie mir daran gehen und es wird spektakulär es wird ein bombastisches serienfinale werden das kann ich gar nicht garantieren also dann ja bleibt dran bei opros flash heute bisschen verwirrt aber wie immer halt ihr wisst ja liken favorisieren und abonnieren ihr kennt ja alles rundum ja das war es eigentlich euer hud ist am arbeiten und bis zum nächsten mal bis morgen zum nächsten video ja baby